Ich verabschiede euch, was ist besonders von Papier Heid. Weil ich bin sehr glücklich über diese neue Stadt und dann kann ich auch für diesen Moment einen Song schreiben. Ihr könnt mir einen guten Titel oder Thema geben, aber etwas zu tun hat, etwa der Heid. Kinder schwimmen. Das ist eine sehr gute Idee. Schwimmen in frischen Luft. Weil ich habe gestern gehört, dass von heutigen Konzerts diese Benefit geht für Kinder schwimmen zu lernen. Das ist ein guter Titel. Schwimmen, ich liebe Schwimmen auch. Ich kann auch schwimmen. So, dann schwimmen in der guten Luft. Etwas zu laut. Das ist ein guter Titel. Das ist ein guter Titel. Das ist ein guter Titel. Ein Wissenswerher Drifft. Banding D空, Dumpen Ktel Dumpen Amen. 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 Amen.